Du bist schneller! Du bist schneller! Nein! Ja! Nein! Marius Mölner! Ja, hi! Eine weitere Woche auf Schalke ist rum. Wir haben den ersten Spieltag hinter uns und ich muss sagen, es lebt sich sehr, sehr gut als Tabellenführer. Bevor wir hier wieder in unser News-Format reingehen, möchte ich mich einmal bei jedem von euch bedanken. Und bei jedem meine ich wirklich jedem, denn wir haben es tatsächlich geschafft. Mein Podcast kam am Donnerstag, letzte Woche Donnerstag, das erste Mal. Die zweite Folge ist auch schon online mit Braunschweig und dem guten Kiwi von Twitter. Und wir haben es geschafft. Wir sind aktuell der neuntbeste Podcast im Bereich Sport in Deutschland und der 130. beste Podcast generell in allen Kategorien in Deutschland. Das ist unfassbar krass. Ich hätte mir sowas niemals erträumen können. Natürlich einige, gerade die Sport-Podcasts, die über Fußball reden, haben vielleicht noch so eine Pause. 50 plus 2 zum Beispiel. Aber dennoch, wir sind unfassbar gut dabei. Beide Erfolge haben über 1000 Aufrufe, beziehungsweise Hörer, was ich niemals gedacht hätte. Deswegen ganz, ganz dickes Dankeschön, falls du den Podcast noch nicht gehört hast. Links natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die News. Ja, und da fangen wir auch direkt, glaube ich, an mit dem Elefanten im Raum. Schalke hat 5-1 gewonnen und ist Tabellenführer. Wie ich auch im Podcast schon beredet habe, ich werde jetzt hier nicht ausführlich über das Schalke-Spiel sprechen, weil ich denke, dafür ist der Podcast da und dafür sind dann auch die Streams da. Was ich all in all sagen möchte, ist coole Leistung, gute Leistung, aber deutlich zu hoch gewonnen. Insgesamt sind aus den Toren, ich glaube, 2 Tore, die wirklich gut erzielt worden sind. Der Rest, auch von Braunschweig, das Tor war natürlich nicht schön rausgespielt. Und auch unsere Tore, also 3 von 5 Toren waren eher Zufall als wirklich richtig gute Qualität, die wir da hatten. Ich muss trotzdem sagen, Respekt an Karol Gerratz. Ich glaube, als die Aufstellung kam, haben viele ihn kritisiert. Und im Endeffekt hat er es den Hatern mal wieder gezeigt, auch mit Justin Hekerin, der gestartet hat, wo alle gesagt haben, das wird ein Fehler sein. Justin macht direkt die Vorlage, hält uns in der, ich glaube, siebten Minute richtig wichtig im Spiel. Also ein absolutes Topspiel von ihm gewesen und deswegen, ja, Respekt an Karol Gerratz. Die Aufstellung hat funktioniert, 5-1 gewonnen. Höchster Sieg seit, ich habe mindestens 30 Jahren. Höchster Sieg am ersten Spieltag seit mindestens 30 Jahren. Ich habe immer die Mühe gemacht und geguckt, aber ich habe nicht weitergeguckt. Vielleicht gab es irgendwann mal einen höheren Sieg, aber mindestens 30 Jahre. Und dann können wir direkt das nächste Thema gleich mitmachen, denn das Spiel hat uns leider aber auch zwei Spieler gekostet, Stand jetzt. Nämlich sind Bachmann und Seguin fraglich für Nürnberg. Nürnberg ja Samstag, 13.30 Uhr. Das heißt, wir werden jetzt heute, Karol Gerratz macht in einer Stunde die Pressekonferenz. Und dann kann ich euch nochmal ein Update geben, beziehungsweise würdet ihr auf X und Twitter mitbekommen, ob die beiden fit sind. Sollten sie nicht fit werden, hätten wir ein kleines Problem, denn dann müsste Scheinberg aus der Innenverteidigung nach vorne und wir haben trotzdem noch dann keinen Mittelfeldspieler. De facto müsste dann ein Max Grüger spielen oder ein Tobi Mohr auf der Acht oder ein Wasinski. Also haben wir dann schon kleine Probleme. Bin ich mal gespannt, aber ich hoffe, man kriegt mindestens Seguin für das Spiel fit, dass man dann mit Seguin und Scheinberg auf der Doppel-6 antreten kann. Denn ja, dafür könnte Armin Junos wieder in den Kader zurückkehren. Lassen wir und bei Jende bleiben verletzt, so wie ich mitbekommen habe. Aber vor allem Armin Junos ist jetzt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und könnte deswegen vielleicht eine Option sein fürs Wochenende. Und einen Tag vor dem Braunschweig-Spiel, oder war es sogar am Braunschweig? Nee, ich weiß es nicht genau, aber Schalke hat einen neuen Ärmelsponsor. Die Firma heißt Mulex. Ich habe mich jetzt damit nicht weiter beschäftigt. Es gibt knapp eine Million Euro anscheinend vom Ärmelsponsor, was eine unfassbar gute Summe ist, lässt man sich auf jeden Fall schmecken. Möchte ich der Vollständigkeit halber einfach hier mal erwähnt haben. Und jetzt kommen wir dann doch zu den etwas wichtigeren News. Nämlich hat Derry John Merkin in einem Trainingsinterview, also nach dem Training, ein Interview, gesagt, dass er bleibt. Und zwar mit den Worten, ich bleibe. Also nicht viel rumgeredet, sondern einfach gesagt, dass er bleibt. Ich bin gespannt, ob er sein Wort hält. Im Fußball muss man ja immer ein bisschen abwarten, ob die Spieler ihr Wort halten. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Auf der anderen Seite gab es heute auch eine News. Und zwar bleibt Mike Büskins nicht im Verein, sondern er verlässt den Verein. Es war ja schon klar, er wurde ja schon verabschiedet. Allerdings hat man sich die Tür offen gehalten und gesagt, er könnte vielleicht in anderer Rolle wiederkommen. Da war, glaube ich, von der Knappenschmiede die Rede. Er selber möchte aber nicht mehr. Er hat gesagt, er hat die Energie nicht mehr. Ist okay. Aber auch er hat selber gesagt, dass sein letztes Kapitel noch nicht geschrieben ist auf Schalke. Von daher, man kann davon ausgehen, dass er wahrscheinlich irgendwann nochmal zurückkehrt, aber nicht unter der aktuellen Führung, beziehungsweise in der aktuellen Saison. Und ansonsten gibt es noch zwei Kleinigkeiten zu erwähnen, beziehungsweise einmal das Trikot, unser Aussatz-Trikot. Wir haben jetzt alle drei Trikots präsentiert bekommen. Und ich muss wirklich sagen, wir haben einen richtig guten Trikotsatz. Also ich bin das erste Mal am überlegen, dass ich mir alle drei Trikots sofort zum Anfang der Saison hole, weil das Heimtrikot, sick. Das Auswärtstrikot, sick. Ausweicht Trikot, sorry, auch sick. Ich bin mal gespannt, was sagt ihr? Welche Trikots gefallen euch am liebsten? Würdet ihr euch alle drei holen? Ja, ich glaube, bei mir werden es leider alle drei und mein Geldbeutel wird bluten. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, morgen auch meinen YouTube-Kanal abzuchecken, denn dann gibt es die Preview zum 1. FC Nürnberg. Ich lade das Ganze jetzt mal lieber immer einen Tag vorher hoch. Das bedeutet, morgen kommt die Preview zu Nürnberg. Wie spielen sie? Wie haben sie gegen Karlsruhe gespielt? Was kann uns erwarten? Da schaltet doch dann gerne ein. Ansonsten Podcast kommt wieder Sonntag. Ich habe jetzt den Upload erstmal auf Sonntagabend gelegt. Es kann natürlich sein, dass da irgendwann mal was dazwischen kommt. Vielleicht arbeite ich mal Sonntagabend. Vielleicht spielen wir erst Sonntagnachmittag bzw. Mittag und mein Aufnahmepartner ist im Stadion. Das heißt, man kann dann vielleicht erst Montagabend hochladen. Also stellt euch immer mal so darauf ein, Sonntag bzw. Montagabend werden die Podcast-Folgen kommen. Gerne reinhören. Ansonsten die anderen Social-Media-Kanäle verfolgen. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich bin immer noch komplett unsicher. Warum auch immer. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns nächste Woche. Beziehungsweise, wenn ihr Bock habt und nicht in Nürnberg seid, wir machen einen Watch-Along. Auf Twitch vorbeischauen. 12 Uhr geht es los. Dann gucken wir uns die Aufstellung an, quatschen ein bisschen. Und dann gucken wir uns das Spiel gemeinsam on-Stream an. Seid also gerne da dabei. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut. Haut rein und ciao.